Vitamin D. Vitamin D gilt allgemein als Wohlfühlvitamin und unterstützt viele wichtige Körperfunktionen. In geringen Mengen kommt es auch in Lebensmitteln vor. Doch vor allem bildet unser Körper Vitamin D bei Kontakt der Haut mit Sonnenlicht. Dazu ist allerdings ein hoher Sonnenstand notwendig, weshalb wir in unseren Breitengraden nur in den Sommermonaten ausreichend Vitamin D bilden können. Ein Vitamin D-Mangel kann viele negative Folgen haben, darunter ein geschwächtes Immunsystem, Müdigkeit und Depressionen. Sportler profitieren von einem idealen Vitamin D-Spiegel, da er den Proteinaufbau anregt, Muskeln schneller gebildet werden können und er über eine Calcium-Freisetzung zu mehr Kraft führt. Mit dem Vitamin D-Test von SerraScreen testen Sie sich einfach und bequem von zu Hause aus.